Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Stretching Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute zu den Tipps für deinen Herrenspagat. Das heißt, wenn du einen Herrenspagat lernen möchtest oder auch gerade nicht weiterkommst oder nicht so richtig weißt, wie, wo, was, wann, vielleicht willst du auch einfach nur Tipps haben, um besser zu werden, dann bleib unbedingt dran und hör dir diese Podcast-Episode bis zum Schluss an. Yes, und wir starten auch gleich rein. Und ich werde dir heute auf jeden Fall vier Tipps mitgeben, Schritt für Schritt, die, was mir enorm geholfen hat beim Herrenspagat. Und ich möchte nur kurz erwähnen, ich habe über vier Jahre lang für den Herrenspagat trainiert, um dann schlussendlich drin zu sitzen. Und bei mir ist es heute auch noch immer so, dass der Herrenspagat nicht zu 100% fix ist, sage ich jetzt einmal. Ich hatte meinen Touchdown, meinen ersten Touchdown letztes Jahr im Dezember, kurz vor Neujahr. Dann hatte ich wieder zwei Monate oder so gar keinen Touchdown. Und jetzt ist das immer Schritt für Schritt gekommen. Es ist zwar jetzt schon so, dass ich ja sehr weit runterkomme und auch oft drinnen sitze, aber meistens fehlen noch so zwei, drei Zentimeter, diese kleine Lücke da, die geht noch nicht so ganz weg. Aber ich bin guter Dinge, dass auch das bald funktionieren sollte. Und ja, das ist vielleicht auch ein Learning für dich. Es heißt nicht, wenn man einen Touchdown hat, und darüber habe ich auch schon mal gesprochen im Podcast, wenn dich das interessiert, da gibt es eine eigene Folge dazu, heißt nicht immer, dass wenn man einmal runterkommt in den Spagat, dass es dann, ja, schlussendlich das war es dann und du sitzt für immer fix im Spagat. Du musst halt regelmäßig etwas dafür tun und manches dauert einfach auch. Es kann sein, dass du einmal im Spagat sitzt, dann ganz runterkommst und dann kann es auch wieder sein, dass dir ein paar Zentimeter fehlen. Auch das ist völlig okay und auch das wird sich verbessern, wenn du dran bleibst. Oversplits, in dem Punkt kann ich auch gleich mal erwähnen, helfen auch enorm. Allerdings sollte man wissen, wie man das Oversplittraining rangeht, weil man da einfach auch mit Spannung arbeiten sollte. Und ja, gerade beim Herrenspagat ist das so ein Thema, damit unsere Knie geschützt sind. Aber Oversplits können auf jeden Fall helfen, also Überspagate. Das heißt zum Beispiel gerade beim Herrenspagat links und rechts die Ferse jeweils auf einen Block geben oder auf zwei, je nachdem und dann einen Überspagat trainieren. Das hilft auch immer bei den letzten Zentimetern, weil dann kann die Hüfte einfach noch tiefer rutschen und hat einfach wieder eine Luft quasi, wo man die Hüfte einfach noch tiefer bringen kann, als die Füße jetzt zum Beispiel sind. Der erste Tipp, den ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, den ich dir mitgeben möchte, ist auf jeden Fall das mentale Training. Und dazu gab es auch schon eine Podcast-Folge Erfolg beginnt im Kopf. Bitte hört die unbedingt an und wenn du sie schon angehört hast, dann unbedingt nochmal. Da erkläre ich auch, wie das war bei meiner Hüftblockade, die ich mir selbst in den Kopf gesetzt habe und wie das dann war, als ich diese Blockade im Kopf nur mental einmal aufgelöst habe, meinen Körper neue Reize gegeben habe und plötzlich war ich so weit unten im Herrenspagat wie noch nie. Das heißt, glaub, dass es möglich ist. Red dir nicht selber ein, dass deine Hüfte blockiert. Auch wenn du das vielleicht in dem Moment spürst bei manchen Übungen, sag dir einfach selbst, ja, aktuell fühlt es sich noch nicht so gut an, wie ich es mir wünsche, aber es wird auf jeden Fall besser, wenn ich dranbleibe. Schau, wie du wirklich mit dir sprichst. Und zwar nicht nur über den Herrenspagat, so dieses oberflächliche, ja, schwierig, unmöglich, wie auch immer man darüber spricht, will ich schaffen, wenn es ein bisschen positiver ist, sondern auch während dem Stretching. Was sprichst du mit dir selbst in Gedanken? Es kommt manchmal so unbewusst, dass man es selbst gar nicht während dem Stretching wahrnimmt. Deswegen beobachte dich einfach mal bei deinem nächsten Herrenspagat-Stretching und schau, was du bei den Übungen, die vielleicht noch nicht so angenehm sind, schau, was du dir da selbst einredest. Und schau, dass du das dann umwandelst und das wiederum dir antrainierst. Das dauert länger. Aber wichtig ist einmal, dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, dass man sich einmal bewusst ist, okay, was rede ich mir eigentlich selbst ein in meinem Kopf? Und deine Gedanken werden immer zur Realität, weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Gedanke und Realität. Das heißt, wenn du dir einredest in Gedanken, der Herrenspagat ist so schwer, meine Hüfte blockiert, das und das und das geht nicht, was weiß ich, Herrenspagat schaffe ich nie, dann passiert genau das, weil das ist für deinen Kopf die Realität und das bekommst du dann. Das heißt, beobachte wirklich mal, wie du mit dir sprichst, während dem Herrenspagattraining und wandle das ein bisschen um. Alles, was nicht funktioniert, sich nicht gut anfühlt oder whatever, das funktioniert noch nicht, fühlt sich noch nicht so gut an. Und sag dir aber auch selbst immer, dieses Wort noch ist so, so wichtig, ich glaube, ich habe es eh schon tausendmal erwähnt, das ist so wichtig, weil das sagt einem Gehirn, dass das einfach ein aktueller Zustand ist, der aber veränderbar ist. Wenn du dir aber einredest, ich schaffe das nicht, dann ist das ein Fakt und dann ist das für dein Gehirn einfach nicht veränderbar. Und somit nimmt dein Gehirn das an und setzt das 1 zu 1 um. Das heißt, genau das bekommst du und du erschwerst dir damit dein eigenes Training. Das heißt, alles, was noch nicht funktioniert, funktioniert noch nicht, aber du bist fleißig dabei und arbeitest daran. Mit jedem Stretching wird es besser. Mit jedem Mal Training wird es leichter. Und sag dir das auch wirklich selbst. Jedes Stretching bringt mich meinem Ziel näher. Jedes Stretching sorgt dafür, dass mein Körper flexibler wird. Jedes Stretching bringt mich den Herrenspagat näher. Jedes Stretching macht es einfacher. Mit jedem Stretching komme ich meinem Ziel näher. Achte wirklich darauf, Tipp Nummer 1, was in deinem Kopf vorgeht, und womit du dich vielleicht selbst einfach zurückhaltest. Und das war bei mir genauso. Ich habe mir immer gesagt, ach, der Herrenspagat, der ist so schwierig. Ja, ich habe eine Hüftblockade, das geht nicht. Also ich habe eine Hüftfehlstellung, das geht nicht. Ich spüre eine Blockade in meiner Hüfte, deswegen komme ich nicht in den Herrenspagat. Das heißt, sobald ich die Blockade gespürt habe, das war der Grund, aha, deswegen komme ich nicht in den Herrenspagat. Dein Gehirn nimmt das wahr, aha, da ist was, das haltet dich auf, deswegen kommst du nicht in den Herrenspagat. Und wirklich, du erschaffst ihn mit deinen Gedanken, deine eigene Realität. Und wenn du das nicht glauben kannst, du denkst, oh, das ist ja Hokus Pokus und was weiß ich, versuch es einfach mal. Warum? Negativ denken. Es geht auch positiv. Versuch es einfach mal. Und im besten Fall funktioniert es ja sogar. Also, du hast nichts zu verlieren, außer negative Gedanken. Und ich glaube, die kann man ruhig einmal ersetzen. Auch wenn es sich vielleicht am Anfang komisch anfühlt. Du wirst merken, es wird dir enorm weiterhelfen. Tipp, 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 okay. Tipp Nummer zwei. Hip-Openers helfen. Und zwar auch im Alltag. Das heißt, schau, dass du deine Hüfte und wenn du dich mal beobachtest und ich muss mich jetzt auch gleich korrigieren, ich mache das immer ganz gern, wenn ich auf der Couch sitze oder meistens sitze ich sowieso, am liebsten sitze ich einfach auf der Matte. Weil was machen wir, wenn wir am Sessel sitzen? Zum Beispiel jetzt nur sitzen. Das ist ein ganz banales Beispiel im Alltag, was man sich sofort abgewöhnen kann. Wir verschränken die Füße. Wir tun die Füße übereinander verschränken. Das heißt, wir machen unsere Hüfte zu. Wir sorgen dafür, dass wir zu machen und sie nicht öffnen. Das heißt, das ist einmal das Einfachste, was man im Alltag machen kann. Gib deine Beine auseinander und sitze da wie so ein richtiger Mann. Verstehe ich eh nicht, warum Frauen nicht einfach so sitzen können. Ist ja auch viel angenehmer. Gib deine Knie zur Seite. Schau, dass du deine Hüfte ein bisschen mehr öffnest, als wie, dass du ständig deine Beine überschlagst. Und das ist einfach auch im Alltag immer wieder zu schauen. Wenn du zum Beispiel Zähne putzt, du bist im Stehen. Schau, dass du deine Hüfte kreist. Zieh die Knie in die Höhe und zieh Hüftkreise. Du deine Hüfte ein bisschen mobilisieren zwischendurch. Auch im Alltag. Das hilft enorm, wirklich. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze, ich sitze immer in einem Butterfly-Stretch. Oder wenn ich Buch lese und ich kann schon immer sitzen und ich lege mich hin, dann lege ich mich meistens, also befinde ich mich meistens in einem Frosch. Auch super. Aber das ist natürlich, wenn diese Übung schon leicht fällt und wenn man da nicht wirklich viel spürt. Ich würde jetzt eher empfehlen, mit dem Frosch an schon Fortgeschrittene. Oder wenn der Frosch einfach für dich sehr angenehm ist, dann ist das auf jeden Fall machbar. Aber zwischendurch kann man einfach immer wieder solche Sachen machen, damit du deine Hüfte einfach mal ein bisschen öffnest, anstatt sie immer zu verschließen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt zu Hip-Openers. Und dann schau einfach auch, dass du immer bei jedem Stretching deine Hüfte öffnest. Und auch wenn du ein Backband-Stretching machst und wenn das immer nur ein paar kurze Übungen sind und eben die Hüfte mobilisieren, die Hüfte ein bisschen kreisen, schau, dass so ein Hüftöffner zumindest ein, zwei Übungen und wenn das nur so easy Übungen sind, dass die Knie ein bisschen zur Seite sind, dann schau, dass du bei jedem Stretching immer wieder deine Hüfte öffnest. Und wenn du natürlich gezielt für den Herrenspagat stretchst, dann ist das sowieso dabei, dass du deine Hüfte öffnest. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir oft vergessen, dass wir einfach so zwei, drei kleine Hip-Opener-Übungen, die was, oder eher Mobility-Übungen, die kann man durchaus einfach in den Alltag einbringen oder einfach auch in jedes Stretching, in jeder Mobilisation, können ein paar Hip-Openers auf jeden Fall dabei sein. Yes, Tipp Nummer drei, wir kommen ins, ja, intensive Handspagat-Stretching, und zwar Hamstring-Stretches. Ganz, ganz wichtig, nicht nur für den Darmen-Spagat, sondern eben auch für den Herren-Spagat, sind deine Hamstrings und vor allem dein unterer Rückenbereich, der spielt auch mit, beziehungsweise die Mobilisation in der Hüfte, deswegen ist dieses Beckenkippen auch immer ganz, ganz wichtig, das ist für deinen unteren Rückenbereich wichtig und es zieht sich einfach über die ganzen Hamstrings und deine gesamte Beinrückseite. Ganz wichtig. Wenn du also merkst, dass zum Beispiel die Vorwärtsbeuge, dass du das eher im unteren Rücken spürst oder der Langsitz, dann ist eben hier deine Schwachstelle und dann darfst du hier ansetzen und die Vorwärtsbeuge mehr dehnen. Manche fragen mich dann auch immer wieder, ja, wie ist das so, ich mache Herren-Spagat-Übungen, ich stretch eigentlich meine Hamstrings, aber ich spüre das nur im unteren Rücken. Warum ist das so? Tja, das schwächste Glied meldet sich. Das heißt, du stretchst natürlich auch deine Beinrückseite, du stretchst auch deine Hamstrings, aber wir empfinden immer nur einen Schmerz und zwar den intensivsten Schmerz. Das heißt, du nimmst die ganze Dehnung, obwohl deine Muskulatur sowieso gedehnt wird, rundum, nimmst du aber nur deine Schwachstelle wahr, deine noch Schwachstelle. Und da weißt du, da darfst du darauf ansetzen, weil das kann auf jeden Fall ein Grund sein, der dich auch zurückhält im Herren-Spagat-Training, weil unser kompletter Körper, unser Bewegungsapparat hängt einfach von Kopf bis Fuß miteinander zusammen. Und das darf alles harmonieren miteinander, von Kopf bis Fuß. Und wenn du da irgendwo Schwachstellen noch hast, kann es sein, dass du die eben in solchen Übungen auch spürst. Deswegen ganz, ganz wichtig, trotzdem natürlich auch weiter stretchen und jetzt nicht nur auf die Hamstrings fokussieren, sondern wenn du eben merkst, hey, das ist auch der untere Rückenbereich, dann darfst du auch daran arbeiten. Und da ist diese Übung mit dem Beckenkippen, das mache ich immer wieder in den Videos, habe ich auch schon Instagram-Posts dazu verfasst, die ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Hüfte mobilisierst und eben auch deinen unteren Rückenbereich. Und natürlich, wenn du noch Probleme hast mit Hamstring-Stretches beziehungsweise die Beinrückseite, die ist noch eher eine Schwachstelle, dann ist das für den Herren-Spagat auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es war bei mir auch lang so, Vorwärtsbeuge war absolut nicht mein Freund. Und das hat mich halt auch gehindert am Herren-Spagat. Umso besser die Vorwärtsbeuge wurde, umso flexibler wurden die Hamstrings und umso besser wurde natürlich auch der Herren-Spagat. Neben Hip-Openers ist nämlich das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und gerade wenn wir viel sitzen im Alltag, dann kann es sein, dass uns das auch aufhaltet. Das heißt, du darfst dich deinen Hamstrings mehr und intensiver widmen. Da habe ich auch schon ein Mobility-Video zum Beispiel gemacht. Das dauert, glaube ich, nur zwölf Minuten lang. Das kann man perfekt in den Alltag einpflegen. Einfach mal locker hängen lassen, die Hamstrings einfach nach einem langen Bürotag zumindest ein paar Minuten lang ausdehnen. Ganz leicht nur rein dehnen. Natürlich jetzt nicht intensiv, aber einfach nur leicht, dass du die Beine auch einmal streckst, nachdem die den ganzen Tag eh nur abgewinkelt sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch in den Alltag mit einbringst. Das bringt dich auch deinem Herrenspagat auf jeden Fall näher. Und dann sind wir schon bei Punkt Nummer 4. Und zwar ist das Damen- und Herrenspagat-Übungen kombinieren, wenn es sich gut anfühlt. Natürlich ist es sinnvoll, und das habe ich vorher schon erwähnt, unser kompletter Bewegungsapparat, unser Körper, unsere Muskeln hängen, Muskeln, unsere Muskulatur, wollte ich eigentlich sagen, und Muskeln, das hat sich irgendwie vermischt, hängen miteinander zusammen. Das heißt, wenn du jetzt für den Darmenspagat stretcht, stretchen natürlich auch Muskelpartien für den Herrenspagat, weil unsere Hüfte, du hast nur eine Hüfte. Das ist dein, ja, Hüfte, Becken, das ist ja alles, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das heißt, auch wenn du deine Hüftbeuger stretcht, ist es gut für den Herrenspagat. Wenn du deine Hamstrings, deine Beine, Rückseite stretcht, ist es natürlich gut für den Herrenspagat. Nicht nur diesen Hüftöffner, also nicht nur einen Straddle sitzen und hoffen, dass es dann besser wird, oder direkt in die Herrenspagat-Position gehen und hoffen, dass man irgendwann drin sitzt, sondern mach bestimmte Übungen, die du einfach auch mischen kannst. Du kannst es kombinieren, musst natürlich nicht, kannst, am Anfang war das bei mir zum Beispiel so, bei mir war das enorm zach. Ich habe mich am Anfang so auf den Darmenspagat fokussiert und als ich angefangen habe, die Übungen zu kombinieren, hat sich das bei mir überhaupt nicht gut angefühlt. Aber warum? Weil der Darmenspagat schon ziemlich weit war und der Herrenspagat noch eine komplette Schwachstelle. Und somit war das am Anfang für mich noch so unangenehm, ungewohnt und da musste ich mich wirklich langsam steigern und langsam hineinfühlen und das halt auch langsam umsetzen, natürlich intensiv auf den Körper hören. Deswegen kombinier es, wenn es sich für dich gut anfühlt. Ansonsten schau, dass du einmal Darmenspagat stretchst, einmal Herrenspagat und schau, dass du trotzdem auch, wenn jetzt einmal der eine Spagat dein Ziel ist, trotzdem auch immer wieder, also zum Beispiel der Herrenspagat ist jetzt dein Ziel, schau, dass du trotzdem auch ein paar Darmenspagat-Videos machst. Das kann dich auch deinem Herrenspagat näher bringen, es wird dich näher bringen, weil du stretchst deine Muskulatur damit, du stretchst in jedem Darmenspagat-Video auch deine Hamstrings, deine Beinrückseite, das heißt, das bringt dich auf jeden Fall auch beim Herrenspagat weiter und es ist alles eine Win-Win-Situation. Aber hör natürlich auf deinen Körper, wenn du nicht sofort zum Beispiel in einer Session Damen- und Herrenspagat kombinieren kannst, willst, möchtest, wie auch immer, dann ist das auch völlig okay. Dann splitte das einfach mal bei den Tagen und schau, dass du das ein bisschen mit einbringst. Ich sage ja immer zum Beispiel die 70-30-Regel, das heißt, 70% wäre jetzt ein Herrenspagat, 30% kannst du dann den Damenspagat unterbringen und dann einfach auch schauen, dass du beides abgedeckt hast und da auch mitstretchst, weil es kann dich auf jeden Fall auch deine Herrenspagat näher bringen, wenn du Darmenspagat stretcht. Und da habe ich auch das Feedback bekommen, dass eine Flexi-Lady damals die Herrenspagat-Challenge gemacht hat und ihr Ziel war eigentlich der Darmenspagat, aber die Herrenspagat-Challenge war damals neu und sie wollte das unbedingt mitmachen und dann plötzlich ist sie in ihren Darmenspagat gekommen und hat gesagt, wie geht denn das? Ich habe jetzt eine Herrenspagat gestretcht, jetzt komme ich in den Darmenspagat. Ja, das ist halt, unsere Muskeln sind ja, die hängen ja zusammen, das heißt ja nicht, so, da gibt es Muskulatur nur für den Darmenspagat, da gibt es Muskulatur nur für den Herrenspagat. Natürlich ist es eine andere Ausrichtung der Hüfte, eine andere Hüftstellung und auch eine andere Hüftöffnung, aber im Grunde genommen stretchst du damit deine Muskulatur und ja, Spagate sind quasi Spagate und bringen dich natürlich, also die Übungen bringen dich natürlich beiden Spagatten näher. Umso flexibler du generell in deiner Hüfte wirst, umso mehr du die Hüfte mobilisierst, öffnest für den Spagat, umso näher bringt dich das auch in beiden Spagatten. Aber wie gesagt, das alles braucht Zeit und Geduld. Der Damenspagat war bei mir da in eineinhalb Jahren, der Herrenspagat ist jetzt noch immer nicht so ganz zu 100% fix und ich stretche schon seit über vier Jahren dafür. Also nur, dass du auch ein Gefühl dafür bekommst, wenn du jetzt erst seit einem Jahr oder so stretcht, dass das alles kommen darf. Das darf sich entwickeln, das darf sich auch Schritt für Schritt besser anfühlen. Flexibilität kommt nicht von heute auf morgen, also wirklich hab Geduld dafür, lass dir auch Zeit, aber du kannst durchaus auch die Übungen natürlich mischen. Morgen zum Beispiel, wir haben heute Freitagabend, morgen am Samstag haben wir unser Live-Stretching, da machen wir auch ein Mix aus Damen- und Herrenspagat-Übungen. Da mache ich das auch Schritt für Schritt, kommt man da, ja, wärmt man sich auf, macht ein paar Hip-Opener-Übungen, öffnet die Hüfte, mobilisiert die Hüfte und dann geht es rein, Hamstring-Stretches, Hip-Flexer-Stretches und dann eben auch direkt in den Straddle, um alles da für Herren- und Damen-Spagat abzudecken. Also kann man durchaus machen, wichtig ist, dass man da auf sein Körpergefühl hört und ja, einfach mal schaut, wie fühlt sich das eigentlich für mich an und vielleicht auch einfach mal ausprobieren, wie ist das, wenn ich nicht nur gezielt immer nur diese Übungen mache und immer nur Hip-Openers und das und das und das, sondern wenn ich einfach mal mische und da wirklich auch neue Reize in meinen Körper gebe, Abwechslung mit einbringen mit den Übungen. Es ist sowieso immer ganz, ganz wichtig, wichtig, dass du dich auch immer herausforderst und neue Übungen machst, natürlich auch wiederholst, auch wichtig, aber trotzdem auch nicht zum Beispiel ein Jahr lang immer nur dasselbe Stretch, immer nur dasselbe Video, immer nur denselben Ablauf, sondern dass du dich da auch ein bisschen herausforderst und natürlich Aktiv-Stretches. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr hier auf diesem Podcast erwähnen. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig für den Herrenspagat und das Tolle ist dabei, dass du zum Beispiel, wenn du im Vierfüßlerstand bist und deine Beine seitlich öffnest, in dem Pissing Dog nennt er sich auch, kannst du währenddessen auch zum Beispiel fernschauen. Das kannst du immer wieder machen, solche kleinen Hip-Openers zwischendurch und die bringen dich dann natürlich auch deinen Spagat näher. Yes, falls du noch Fragen hast zum Herrenspagat, schau einfach mal direkt entweder auf meiner Instagram-Seite caesars.stretching vorbei, da habe ich ganz, ganz viele Tipps auch erst rausgehauen. Wir hatten ja auch erst den Split Timber, ganz viele Spagat-Tipps dabei, ansonsten schreib mir einfach eine Nachricht, wenn du noch Fragen hast oder stretch einfach mit mir gemeinsam online. Hol dir deine gratis-Stretching-Woche unter www.caesars-stretching.at und falls du schon Mitglied bist, dann bist du eh schon fleißig dabei, dann möchte ich dir nur mitgeben, bleib dran, Flexi-Lady, du schaffst das auf jeden Fall und ja, ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Stretching. Hab einen wunderschönen Flexi-Tag und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Herrenspagat-Training. Und wenn du heute noch nicht gestretched hast, dann weißt du ja, was zum Tun ist. Ab auf die Matte mit dir. Let's do it! Bis zum nächsten Mal.